Herzlich willkommen zu diesem kleinen Tipps und Tricks Video zur Detail Guards Dirt Lock. Es haben mich ein paar Leute bei Facebook angeschrieben und gefragt, Sebastian hast du vielleicht einen Tipp, wie die Dirt Lock nicht ständig im Wascheimer nach oben treibt? Nicht jeder Wascheimer ist zu 100% gleich im Innendurchmesser und das reicht schon, wenn hier nur ein paar Millimeter Abweichungen sind und schon kann die Dirt Lock sich an den Seitenwänden nicht festhalten und damit treibt sie dann ganz einfach nach oben. Super ärgerlich, man will sie ja unten am Boden haben, damit man seinen Waschhandschuh daran ja abreiben kann und ihr Hauptjob ist es ja eigentlich den Schmutz dann im unteren festzuhalten. Problem ist nicht, jeder Eimer ist im Innenmaß komplett identisch, da reicht schon ein Millimeter oder zwei und schon treibt die Detail Lock nach oben und in dem Video zeige ich euch mal, was man dagegen tun kann. Hier seht ihr auf jeden Fall nochmal den ersten Tipp, den ich euch mitgegeben habe. Den Rinseimer so voll wie möglich füllen, dann die Detail Guards Dirt Lock vertikal einstellen und langsam nach unten tauchen lassen und damit kann die Luft entweichen und in meinem Fall hat das sehr gut geklappt. Die bleibt wirklich unten am Boden fest und ich bin jetzt einfach in meinem kleinen Test nochmal für euch mit dem Waschhandschuh über diese Dirt Lock drüber gegangen, habe ein richtig schönes Unterwasser Chaos erzeugt und einfach den ganzen Eimer wackeln lassen. Klappt auf jeden Fall bei mir, aber es gab ein paar unter euch, bei denen das nicht so gut geklappt hat. Deswegen kommt jetzt hier mein nächster Tipp und der sieht folgendermaßen aus. Ihr habt ja an der Unterseite dieser Detail Lock diese vier kleinen Standfüße und die drücken sozusagen gegen die Außenwand, weil die sind leicht schräg angeordnet und hier kommt der Tipp, biegt die einfach leicht nach außen und ich habe das auch schon mehrmals wiederholt, man kann die wirklich immer weiter leicht nach außen biegen. Man sollte es nur nicht übertreiben und hier komplett einmal die Runde rum, dann ist es nicht unbedingt gut fürs Material, aber wenn man die so leicht nach außen biegt, funktioniert das wirklich gut und damit drücken die sozusagen immer gegen die Außenwände und stemmen sich sozusagen wie so ein Kletterer in so einer Höhle an den Außenwänden ab und damit hält die Detail Lock auch wirklich noch stärker im Eimer fest und das kompensiert auch noch mal das abweichende Innenmaß. Ich sehe das jetzt auch noch mal, ich kann den Eimer richtig weit anschrägen und die Detail Lock fällt erst wirklich im letzten Moment aus dem Eimer raus. Ein weiterer Tipp, den ich euch noch mitgeben kann, sind die sogenannten Filzpads. Die werden dann immer unten an Tischbeine oder Stuhlbeine angeklebt und damit rutschen diese Stuhlbeine zum Beispiel besser über Parkett und erzeugen auch keine Kratzer. Die kann man perfekt nutzen, weil sie auch bombenfest kleben. Einfach hier zum Beispiel in so einer runden Form oder quadratisch oder rechteckig, je nachdem was ihr da am besten findet, einfach außen an diese kleinen Füße dran kleben. Damit erweitert ihr sozusagen noch mal den Durchmesser an den markanten Stellen und damit drücken diese Füße noch stärker gegen die Außenwände und das Teil hält noch besser. Ich habe diese Methode auch schon mehrmals hier im Wassereimer ausprobiert und da gab es keine Probleme. Also dieser Kleber löst sich dann nicht ab. Die halten wirklich bombenfest, werden natürlich ganz normal nass, aber trocknen dann einfach an der Luft und halten trotzdem. Und ja, wenn man das dann wieder in den Eimer rein stellt, hält das einfach richtig gut. Das waren meine Tipps. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr Fragen habt, schreibt es unten rein und ich hoffe, ich konnte dem einen oder anderen weiterhelfen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Tschüss. Tschüss.